So Leute, da bin ich wieder nach diversen Abstürzen, auch ohne Aufnahme. Also es kommt nicht von der Aufnahme, diese Abstürzen. Hab ich mal im Internet gesucht, die haben gesagt, ihr sollt einfach mal das Ding umstellen hier. Also die Sprache ist noch auf Deutsch, aber der Text nicht mehr. Vielleicht, weil das Spiel keine Umlaute kann oder so. Ja, jedenfalls. Waren wir gerade dabei, hier reinzugehen. Jetzt haben wir halt englische Untertitel. Ja, mein Gott, ich probiere jetzt mal ein paar Folgen lang, ob das so funktioniert. Okay, hören wir uns den Kärmer an. Okay, ich lese die Untertitel definitiv nicht in Englisch vor. Nee, halt mal. Für die Geschichte musst du mir was zu trinken spendieren. Wie ist das? Klappst du endlich das Maul zu? Wir kennen deine Märchen in- und auswendig. Ich bin hier Gast und darf sagen, was ich will. Schenk mir einen Mahakama-Maid ein und nicht schummeln. Dieser edle Wanderer hier zahlt. Was? Ich kaufe nicht die Katze im Sack. Nee, ne Frau. Wunderschön. Aus dem Himmel, verdammt. Komm schon, wirst's auch nicht bereuen. Du kennst die Geschichte doch auswendig, Schenkwirt. Erzähl du sie mir doch. Ja, nimmst du die zwei Mahakama-Meds, die dieses Fass ohne Boden schon gepichelt hat? Der Schenkwirt ist doch viel zu blöd, um so eine tolle Geschichte zu erzählen. Wenigstens ist er nüchtern. Was schuldet dir der Kerl? Das Übliche, das ist doch kein Feinkostgeschäft. Ja, ich biege mal vier. Meine Barschaft reicht nicht aus. Habe ich dir schon verraten? Du hast... Na? Ja, 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 ja. Ey. Ja. Du... Ja, ja. Wenigstens... Das üb... So. Oh, jetzt muss ich weniger zahlen. Ja, fünf. Meine Barschaft reicht nicht. Okay. Will ich es nochmal machen? So, vielleicht komme ich ja irgendwann umsonst davon. Das wäre cool. Ah, jetzt sind es wieder 13. Okay, dann zahlen wir 10. Ja, so gut bin ich da wohl noch nicht, ne? Rede. Vor ein paar Tagen sind angeblich eine rothaarige Frau und ein riesiger Kerl urplötzlich in der Schlucht aufgetaucht. Der Mann hat sich verdrückt und ein Troll hat die Frau geschnappt. Vermutlich hat er sie in seine Höhle geschleppt. Und das ist alles? Aha. Nee! Ich sag doch, die Pockenvisage ruiniert meine Geschichte. Das war deine Geschichte, ohne das ganze Bremborium. Wenn du den Rest hören willst, musst du mir noch einen Met ausgeben. Na, vergiss es. Nee. Ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Lebt wohl. Raphael. Ja, so ist es vielleicht etwas schwerer, Triss zu finden. Aber ich gebe dem scheiß Trinker, den bringe ich noch um. Genauso wie ich den Troll umgebracht habe. Nee, dem geben wir kein Geld. Vielleicht kann der mir jetzt ja endlich hier solides Tuch. Ich weiß nicht, was solides Tuch heißt. Cloth. Elthrine. Ähm. Ja, das ist jetzt... Ah! Robust cloth. Okay. Robust blue Metroid. Moon Rune. Nein. Okay, danke. Na, das kann ja sein mit den Umlauten, weil die sprechen ja auch, wenn ich hier... Oh, da war was drin. Ja, geil. Jetzt brauch ich's auch nicht mehr. Wer ist da blau? Hm, du? Bist du blau? Du bist der blaue. Ja, werden sie auch. Im Moment scheint es ziemlich gut zu funktionieren, ohne zu stürzen. Schauen wir uns mal die Gegend hier ein bisschen an, oder? Sie haben mir meinen Traum geklaut, diese verflixten Hassgeier. Er ist weg. Einfach futsch. Darum krakeelst du so? Jede verdammte Nacht habe ich von meiner toten Frau geträumt. Jahr um Jahr. Los, kippen wir einen. Ich spende dir heute. Ist das der Nebel? Ich hoffe nicht. Wo muss ich denn überhaupt hin? Schauen wir uns mal die Map an, die ich wahrscheinlich noch nicht vollständig entdeckt habe. Okay, da lang und, ja. Okay, da vorne rein. Finden wir schon irgendwie den Weg. Sind hier Gegner? Können wir hier runter? Ich höre Gegner, aber ich seh sie nicht. Verschwindet ihr Vögel? Was für eine Vogel-KI. Oh mein Gott. Hier hoch? Nee, hier komme ich nicht hoch. Die ganzen Blumen will ich nicht einsam. Wann habe ich da gerade irgendwas... Das stinkt nach Schwefel. Das ist seltsam. We're flickering hard. Nee, hey, was soll der Scheiß? Ich will Triss finden. Vergiss es. Das machen wir. Vergiss mal, das ist flickering hard. Ja, vielleicht lag es wirklich nur daran, dass eben... Ja. Bin ich hier richtig? Ich hoffe es, dass es darunter geht. Dass eben keine Umlaute angezeigt werden können. Wenn wir rausfinden, wenn es jetzt nämlich läuft. Ohne Probleme. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ein Troll. Speichern. Können aktivieren. Auf Igni. Das haben wir nämlich jetzt auch gelevelt. Hallo Troll. Ah, der ist auch noch bekannt. Ein Hexer. Menschen geschickt und du tötest Troll, Hexer. Dann schnell. Nicht so weh. Sag mir, wo die Frau ist, die du geraubt hast. Ich Troll. Menschweib hier nicht. Ein Zwerg hat gesehen, wie du eine Menschenfrau weggeschleppt hast. Dummer Zwerg. Ich trage, weil kaputt. Ich heile. Ich streichle. Aber jede Frau weg. Erst Weibmein, dann Rotkopf. Alle weg. Nur Suppe noch da. Was ist in dem Topf? Suppe. Mit Elf und Zwiebel. Hm. Du willst. Ähm. Nee. Ich mag keine Zwiebeln. Nee, tut mir leid. Dummer Hexer. Elf wie Tomate. Am besten mit Zwiebel. Okay. Okay. Woher hast du den Elfen? Weibmein mir aus Schlucht bringt. Als Rotkopf bei mir. Und die Rothaarige? Ist die auch da in der Suppe? Nicht drin. Rotkopf weg. Weibmein auch weg. Alle weg. Nur Suppe nicht. Okay. Erzählst du mir, was passiert ist, Troll? Oh, der Troll. Der kann ja gar nicht. Weibmein und ich in Schlucht. Da geht Roms. Und Menschlinge fallen von Himmel. Du lügst, Troll. Menschen fallen doch nicht vom Himmel. Troll lügt nicht. Troll nur sagt Blitz und Bumm. Da wo Narrenschrift zwei Menschlinge fallen. Menschling riesig wie Troll mit Weibling. Ich guck. War der Mann kahlköpfig? Mit einer Narbe? Hexer mag auch Menschling? Ach, was? Kahlkopf, ja. Aber ich sehe nur von fern. Geht in Schlucht. Rotkopf-Weibling da lässt. Ich geh und guck. Rotkopf nicht gut. Ich geh ganz nah. Rotkopf sagt nicht. Geht nicht. Sehe Bein kaputt. Heb auf. Nach Hause trag. Boah, der macht mich verrückt, der Troll. Er hat mein Getrüst angefasst. und schreit, dass ich lass. Weibmein sagt, sieh mit Band. Aber ich sage nein. Will schnüffeln. Dann Weibmein sagt, sieh hier, ich weg. Sieh weg, ich hier. Du sagst, ich mag Rotkopf. Boah, wie gut. So ich sage Weibmein. Nein, da haut sie zu mit Wurzeln. Dann geht sogar ohne Elf. Was ist mit der rothaarigen Frau passiert? Als Frau kaputt, sieh hier. Als Frau besser, sieh weg. Nachts ich schlaf. Sie sagt nichts. Hast du noch irgendeine Sache von der rothaarigen? Nein. Weibmein Band nimmt. Bringt Elf, nimmt Band. Wohin ist deine Frau wohl gegangen? Schlucht. Sie mag Schlucht. Ich auch. Ich geh sie mal suchen. Hexer Weibmein nicht tötet. Weibmein gut. Nur dumm. Weibmein. Ich tu ihr nichts. Weibmein, du sagst, sie soll hier. Nicht alles weg. Nicht allein. Tut weh. Gut, ich sag's ihr. Aber ich muss das Band der rothaarigen haben. Weibmein mit Band. Gib dir. Weibmein gut. Aber muss wieder hier. Miss Ass. Ach du meine Fresse. Ich hab kein Wort verstanden, was der Typ von mir wollte. Harpien. Kann ich gleich mal meinen. Wow, nett. Du auch. Verrecke. Mein Schwert geht ab. Tschüss. Yeah. Nicht schlecht. Wo auch immer die jetzt herkamen. Muss mich eh bei die Harpien informieren. Das hätte ich jetzt mal gleich tun wollen. The Harpy Contract. Wir waren doch. Ah, ich hab's nicht ausgewählt, oder? So. Learn more about Harpies. Vielleicht, indem ich's töte. Oder so. Jedenfalls ist es wieder schönes Welle. Also machen wir wieder hier. Where's Triss? Marigold. Das interessiert mich jetzt mehr, weil ich will meine Triss retten. Und im Moment scheint es ja gut zu laufen, das Spiel. Ich bin jetzt aber auch nicht in einer Stadt, ne? Aha. Brenner. In der Schlucht ist sie, wurde mir gesagt. Wo ist das hell? Meine Güte, ist die Helligkeit hell. Wo lauf ich denn lang? Ah, da. Einfach in die Richtung laufen. Dann... Komme ich hoffentlich hin. Ne, hier nicht. Schon wieder Harpien. Puff. Tschüss. Summelier, jetzt nix von den Harpien, aber das find ich ein bisschen unnötig. Wenn ich unendliche Taschen hätte, dann wäre das was anderes. Hab ich aber nicht. Use Harpy Traps. Okay. Wow. Hey, mach die Schaden. Das ist auch eine Erinja. Die fliegt ganz schön weit weg. Ui. Wo ist sie hin? Ist sie noch weiter runtergerutscht? Geht ja nix getroppt. Und wo muss ich lang? Mhm. Okay. Keine Ahnung, wo ich lang muss, aber... Oh. Da geht's weiter. Sehr schön. Oh oh. Das klingt nicht gut. Was soll der Scheiß denn hier? Hey. Hey. Nein. Ach, das ist seine Frau. Was macht ihr hier? Lass sie in Ruhe. Wir sind Söldner. Jetzt im Dienst von König Hänselt. Spähtrupp. Erst sind wir kaum einem Nebel voller Geister entronnen, dann auf eine wütende Trollin gestoßen. Wer bist du? Lass Trollin in Ruhe. Ich hab's ihm versprochen. Der Hexer. Der weiße Wolf. Gwynbleib. Es erkennt uns gerade recht. Hilfst du uns? Hm. Vergiss es. Ich erlaube euch nicht, sie zu töten. Seit wann schlägt sich ein Ungeheuertöter auf die Seite von Ungeheuern? Das geht dich nichts an. Ich brauche sie. Lass sie in Ruhe. Sie hat zwei meiner Leute getötet. Ja, das ist nicht mein Problem. Jetzt wird sie keinem mehr etwas tun. Nichts da. Stör nicht, wenn du schon nicht hilfst. Wir schaffen das auch allein. Die Trollin bleibt am Leben. Irrtum. Sie stirbt. Dann müsst ihr mit mir anfangen. Tja, dann verabschiede dich, Hexer. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss mit der Höhe und ciao. Wow.